Hallo Leute, schön, dass ihr meinen Channel eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich werde des Öfteren mal gefragt, ey Fresh, wie sieht dein Trainingsplan aus? Momentan werde ich ja, wie ihr wisst, schon von Murat Demir gecoated. Aber für die Leute, die gerne auch wissen möchten, welche Übungen ich mache, habe ich mir dann gedacht, ich mache mal so einen Dreier-Split von Murat Demir. Und das werde ich euch diesmal präsentieren. Die Übungen sind bei Murat Demir nach fünf Übungstypen gekennzeichnet. Den Übungstyp Progression, einmal den Reduktionssatz, einmal Mind-Muscle-Connection, einmal den Supersatz und noch die Pyramide. Was die Übungstypen halt alles beinhalten oder was die bedeuten, werde ich dann später halt in den Übungen halt euch dann erklären. Was ich wirklich den meisten ans Herz legen möchte, ist, bevor ihr anfangt zu trainieren, 15 bis 20 Minuten warm machen. Warum? Weil das Aufwärmen zum Beispiel, die Übersäuerung der Muskulatur auf jeden Fall vorbeugt. Das Verletzungsrisiko ist auf jeden Fall dann auch gering. Und das Herz-Kreislauf-System ist dann wirklich auf das kommende Training dann halt auch richtig gut vorbereitet. Also Leute, auf jeden Fall, die meisten gehen hier einfach ins Gym, gehen sofort an die Geräte, packen sich die Gewichte drauf und trainieren. Macht euch auf jeden Fall Feuer warm. Und los geht's zum Training. Und los geht's zum Training. cái Money